Josh Files heißt der erste Meister in der ADAC-TCR Germany. Mit Saisonsieg Nr. 6 sicherte sich der Brite vorzeitig den Titel in der Fahrerwertung. Ich habe hart gearbeitet, das Team Target hat hart gearbeitet. Wir haben den besten Job gemacht, wir haben es verdient, heute zu gewinnen. Files von der Pole Position ins Rennen gegangen. Und die Spitze ließ er sich weder von Gaststarter Dennis Strandberg noch von Steve Kirsch streitig machen. Harald Protschig bis zu dieser Situation noch mit theoretischen Chancen auf die Meisterschaft ausgestattet. Der Rutsche auf abtrocknender Strecke machte diese endgültig zunichte. Files zu keiner Zeit unter Druck von Strandberg und Kirsch, die auf den Positionen 2 und 3 einfuhren. Den Sieg brachte er souverän über die Ziellinie. Ein Sahnehäubchen auf die gewonnene Meisterschaft.